Geldkassetten Nee, aber ich habe leider keine Geldkassetten mehr hier, das ist, finde ich ein bisschen, also ganz ehrlich, bin ich ein bisschen traurig gerade, deprimiert mich. Ich habe hier noch zwei, willst du zu mir kommen? Das wäre so schön, es würde mir viel bedeuten. Du könntest auch die Große aufmachen, ich habe nämlich echt Angst, die aufzumachen, weil ich Angst habe, dass ich sterbe. Ach Quatsch, da ist meistens was Gutes drin, aber halt meistens Speed oder Jump irgendwie, so ein Boost, der einem sowieso nichts bringt, unter Ich riskiere es mal, nachdem ich mir noch zwei Bandagen reingehauen habe, ich bin echt paranoid seitdem. Verstehe ich, gut. Bin gespannt auf dein Testergebnis. Äh... Oh, ein Jump Boost. Okay, bleib nicht in der Giftwolke stehen, jetzt sind da jetzt manchmal eine Giftwolke. Ja, ich bin zum Glück gleich weggesprungen. Sehr gut. Ein Jump Boost, naja, da hast du ja viel gewonnen in diese Folge schon. Achso, herzlich willkommen zurück bei Starbound übrigens, ne, nur so mal nebenbei. Achso, ja, ja. Naja, muss ja immer sein, weißt du. Ja. Was mach ich denn hier? Manchmal, manchmal gräbt man sich selber in die Erde rein. Oh. Oh. Oh, Geldkassetten. Ui! Alter, hat das Viech mich erwischt gerade. Ui, 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 ich war schon gedamaged. Womit denn? Mit Geldkassetten? Ja. Echt, wieso? Wiel hast du denn? Ich hab jetzt... Ja gut, also aufholen ist übertrieben, aber 1087 hab ich jetzt. Ach krass. Und mir mal was erzählen wollen. Ja, in Wirklichkeit hab ich schon 10.000. Wahrscheinlich ja. Dann haltet ihr immer vor, dass du Offscreen spielst und dabei mach ich das selbst. Voll der Mega-Character. Zieht sich ja voll die Lumpen an für die Aufnahme. Geht dann aus dem Bild und macht das Gerät da selber irgendwo rum. Mit seiner Mega-Platinum-Ausrüstung. Ja, und mein Jetpack und den Bohrer lass ich immer auf meinem Schiff. Weiß ich, weiß ich. Deswegen auch letztes Mal irgendwie, ja, ich kann gar nicht weiter aufs Schiff kommen. Ja, ich musste mich nur ausziehen. Ja, genau. Aber lacht, weißt du. Mist, da komm ich nicht ran. Egal. Noch zwei Diamantchen. Wie viel Kohle hast du denn eigentlich mittlerweile? Ähm, das möchte ich dir gerne verraten. Ich aber nicht. Ne, warte. Oh, warte mal. Die Blaupause muss ich mal ganz kurz lernen. Puls-Jump-Blueprint. Wir können also einen Puls-Jump machen. So, hab ich grad gelernt. Und, äh, 216 hab ich. Krass, ich hab 126. Da kann man bestimmt schon was mit anfangen. Ich glaube auch. So langsam wirdet. Nach Polen kommen wir da. Über die Grenze reicht's. Ja. So, kann ich hier... Ah ja, nehm ich das nochmal mit. Nein. Was denn? Wir sind über diese... Ja, ich... Versuch schon wieder hochzuspringen. Die Schweinchen sind... Die Schweinchen sind aggro, ne? Ja, ich... Also, mich hat's vorhin angegriffen, das Mistvieh. Okay, dann... Weiß ich Bescheid. Das wird dumm. Warte durch, hey. Nein. Och. Bin mir nicht sicher, ob... die jetzt angegriffen haben, weil ich zuerst angegriffen habe. Ich steh jetzt auch gerade vor einem. Aber eben hat mich grad schon wieder eins angegriffen. Einfach so. Deshalb, ich hau die einfach platt. Vielleicht ist das random... Random intelligence. Oh, ja. Vielleicht. Oh, man weiß es nie. Dieses... Gewiefte Game. Oh, da oben. Oh, Goldmine. Oh, 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 oh. Voll der Nachmacher. So wie... Ne, kann ich nicht sagen. Hm. Hey, da klebt ein... Da klebt ein Pixel in der Wand und ich krieg den nicht. Ah, jetzt. Oh, puh. Boah, das Spiel ist voll buggy. Ich will mein Geld zurück. Ja. So, Alter. Kohle ist auch noch ein bisschen da. Das... das lob ich mir. Das böse Gold ist fest in der Erde verankert. Ach, ist schon schwer hier gerade. Boah. Diamanten in der Erde. Boah, ey, du hast immer so'n Glück. Ich beneide dich voll. Da nehm ich noch ein bisschen... mit. Sechs Stück. Hol mir das hier noch auch... noch ein bisschen mehr Gold. Ja, Gold find ich auch grade on mass. Sehr gut. Ah, und hier. Koppa. Koppa, Koppa, Koppa. Komm mal her. Huch. Da hat das Spiel gerade gehakt. Hm, lecker, Jo. So. Koppa, Koppa, Koppa. Koppa, Koppa. Anna, ja. Alter, wir sind so ne Rohstoff-Huren schon seit der letzten Folge. Ja. Jede ganze Zeit nur am Farmen. Jeder für sich irgendwie. Hauptsache mehr. Das ist doch grad super. Ja. Ist geil. Lohnt sich voll. Und jeder hofft für sich immer, dass der andere nicht im Bildschirm auftaucht, gleich irgendwo am Rand. So wie vorhin. Das war auch so'n Trauma. Das war geil. Du, voll am Feiern? Ja. Wünschst du, die Truhe hätte sich mehr gelohnt? Ja, das glaub ich dir, ne? Das ist... Ja, natürlich. Das... Würdest du mir das denn nicht... Würdest du mir das nicht wünschen? Für uns hätte sich das gelohnt, ne? Ja, natürlich. Wir teilen ja immer auch alles. Ja. Oder siehst du das anders? Sag mir doch, wenn du es anders siehst. Seh ich genauso. Dann ist gut. Wir wollen ja brüderlich alles, äh, teilen. Du, 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 du. Huch! Ach, ich glaub ich bin in der Nähe von dem Labor. Der hat grad wieder die Hintergrundtextur nachgeladen. Ne, doch nicht. Ach ne, da fehlt nur Hintergrundtextur. Okay. Ja. Ich verrate jetzt aber nicht dem Tobi, was ich hier grad mache. Wo ich grade bin. Er würde es sicher wieder kritisch sehen. Ich will's gar nicht wissen. Oh, eine Goldruhe. Eine Erdschicht aus Pixels. Ich bin auf einem Diamantplaneten gelandet. Weißt du was wir irgendwann im Let's Play mal machen müssen? Was denn? Einer schnappt sich die Rakete und verpisst sich. Und jetzt wo du das schon ankündigst, ne? Ne, einfach nur mal so just for fun. Irgendwann mal das Problem ist nur, man muss sich aber gegenseitig wieder abholen. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich frag gar nicht erst. Haben wir das... Wieso finden wir... Wieso haben wir was vorher nicht gefunden? Meinst du, wo wir noch zusammen und in einem Team durch die Gegend gelaufen sind? Also zusammen ja? Ja, gut. Im Anti-Team. Alter. Wie eine Höhle hier. Kann man die vorher nicht gefunden haben? Die ist fast so groß wie der Planet, hab ich das Gefühl. Vielleicht bist du ja schon unter unserem Haus. Das kann sein. Hier wieder kleine Mini-Häuser. Komm schon! Bring it on! Kreatur der Nacht! Zum Leben erwacht! Oh, was ist das denn? Ach, Erde. Ja, toll. Na dann mal fröhlich ans Werk und Rohstoffe für uns sammeln. Munter ans Werk. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Boah, wenn du so redest, hast du auch verloren. Tja, aber echt, Alter. Der Synchronsprecher konnte wahrscheinlich einfach nicht anders. Alle haten den, aber der spricht einfach so. Dippling, ich bin zu Hause. Der Tag war hart. Boah, oh Gott. Jetzt leg dich hin. Ich... Komme. Bin sehr scharf. Bist ihr, Vibe. Ich bin sehr scharf. Alter. Alter, was? Alter, Alter, Alter. Pixel, 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 Pixel. Pixel, Pixel, Pixel. Waren denn nur 72? Das geht ja noch. Du rechnest nur noch in 100er Schritten. Natürlich. Oh, da lag noch einer. Sechs. Entschuldige. Hab ich auswärts in sechs liegen lassen, weil das so viele waren gerade. Alter, was ist denn das hier für eine Höhle? Komm nicht klar, meine Lieben. Habe ich da hinten noch nicht durchge... Hä, da unten sind wieder Fackeln? Da waren wir schon? Aber hier oben noch nicht. Das verstehe ich nicht. Wenn ich das so sehe, ich glaube, du bist hier schon gewesen und hast oben aber einen ganzen... Ich krab mich grundsätzlich an dem vorbei, was wertvoll ist. Mach ich immer. Bin ich eine positive Lebenseinstellung? Damit du im Let's Play gut dastehst, mach ich das. Boah, das ist super nett von dir. Finde ich echt... Also ganz ehrlich, einen besseren Freund hatte ich selten. Eigentlich noch einen Freund. So. Keine Rohstoffe, dann geh ich wieder. Irgendwann sammlich ja Rohstoffe für uns. Ich kann es aber 50 Mal betonen die ganze Zeit. Der selbstlose... Der selbstlose... Mach das Ganze auf jeden Fall glaubwürdiger. Ja, natürlich. So. Okay, hier ist nicht mehr so viel zu holen. Ich glaube, da war schon jemand vor mir. Wer? So still, was los? Ach, ich grab mich hier grad durch so ne... Wie heißen die Steine nochmal? Ah. Softbrick. Ich sehe schon, wer vor mir da war, denn ich sehe da drüben schon den grünen Stein. Also die sind grünen... Die grüne Erde. Komisch. Ich benutze immer die braune und du immer die grüne. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich hab immer nur die grüne, komischerweise. Braune hab ich gar nicht. Echt? Also nicht viel, nicht viel. Ja, aber du hast echt... Ich hab hier braune ohne Ende, zumal ich die auch immer weggrabe. Hm. Ich glaube, ich hab so viel braune noch, weil ich... Grüne noch, weil ich mich damals durch den Berg da gegraben habe. Ah, stimmt. Das kann sein. Aber finde ich auch nicht ganz gut. Da kann man immer gucken, wer da war. Ja, das stimmt. Darf ich dir mal unter Freunden einen kleinen Tipp geben? Ja. Bei diesen Häusern, ne? Da stehen immer so kleine Lampen rum. Diese Laternen. Die kann man auch weghauen? Auch da sind Pixel drin. Ich finde es sehr nett, dass die hier alle noch stehen, übrigens. Ich wollte grad sagen, wieso willst du mir einen Tipp geben? Das hat mich schon gewundert gerade. Ich dachte, du wüsstest das. Ja, hier mach ich's ja auch alle blatt, die Dinger. Deswegen grabe ich mich ja grad hier extra rüber. Ich weiß nicht, warum ich's da nicht gemacht habe. Oh, hier stehen nur noch alle rum. Plus der schnieken Goldader, den du hier übersehen hast. Vielleicht war ich das ja auch gar nicht. Der grüne Block sagt anderes. Ich glaube, das war die Höhle, von der du in der letzten Folge so geschwärmt hast. Ne, das ist hier bei mir ist das wie bei den Alchemisten. Ich wechsle andauernd. Also, mich gibt's öfter. Ach so. Hier ist immer jemand anderes am PC. Tobi, Schnobi und Norbert. Und Schwobi, den gibt's ja auch noch. Ach, Schwobi. Ja, ja, mit dem hab ich schon. Ja, ja. Das ist der warme Roboter. Ach, den hat man ja auch schon. Dö, dö. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ich hab schon R2, D2. Oh. Ist das ein Traum. Höhle. Oh. 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 Ich bin jetzt im Dunkeln. Alter, da ist Wasser. Wie viel Wasser fließt denn jetzt ab? Ich glaub, ich flute da unten jetzt Höhlen. Hast du den Nil wieder angegraben? Alter, wo hört das Wasser auf? Hier. Gott sei Dank. So. Ich hab wirklich den Nil angegraben. Alter, das Wasser sinkt immer noch. Ich flute grad unten echt so ein paar Höhlen. Fürchte ich. Läuft immer noch ab. Was? Nachher kommen wir wieder hoch, dann ist das ganze Dorf weg. Eine Mega-Goldgrube. Geil. Affenmann. Wie gern hättest du so eine Beam-to-Kampagnen-Dings? Das wär super. Dass du dich zu mir porten. Alter, das Wasser läuft immer noch ab. Was hast du denn das? Was ist denn das? Angegraben. Offenbar einen riesigen See. Schwimm da jetzt mal hinterher. Das muss doch irgendwo mal auch genug sein. Oh, das war falsch. Das war hier. Wo hab ich's denn angegraben? Ach hier. Wo fliegt das hin? Fließt das jetzt alles in die Lava da unten? Die Lava geht durch Wasser auch nicht weg. Hab ich vorhin auch schon mal probiert. Ja, leider nicht. Okay, hier träufelt es hin. Ach, hier sammelt es sich. Ein riesiger See. Irgendwie cool. Und hier war... Ach, hier ist diese große Kassette, die du meintest. Große Kassette? Wo du dich nicht getraut hast, die anzuritzen. In der letzten Folge, glaub ich. Ach nee, die hatte ich dann doch weggemacht. Ah, okay. Siehste mal. Das war eine andere. Oh, der feine Herr mit seinen riesen Kassetten. Man hat es ja. Tüdelü. 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 So. Hier nehm ich mal... Aber die Rohstoffe lässt du? Du lässt ganz schön viele Rohstoffe liegen, ne? Ja. Irgendwie ja. Ich weiß. Es kann auch sein, dass ich nicht überall da war. Ich häng auch manchmal nur ne Fackel hin und lauf dann nen anderen Weg. Warum? Ja, weiß ich. Weil irgendwas anders interessanter aussah. Ach so. Ja, das mach ich aber auch. Aber dann komm ich nochmal zurück und grabe alles andere noch weg. Das merk ich mir nicht so was. Da hab ich extra so Gehirnplatz für reserviert. Ach so. Oh. Uaah. Uaah. Wie hier manchmal auf einmal die Viecher immer herkommen. Ja, die spawnen ja einfach so neu. Okay. Ach wie schön, dass da jetzt Wasser ist. Hätte ich mir sonst grad vielleicht weh getan. Wie ein blaues Fleck am Popö... ...einen blauen Fleck am Popöchen. Nein. Ach verdammt. Ah. Schon wieder. Okay. Das muss doch möglich sein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich finde, die Kreaturen sollten noch verschiedene Eigenschaften haben. Dass Roboter zum Beispiel keinen Hunger haben. Affen sich noch an Wänden hochklettern können und sowas. Ja, das wär natürlich cool. Ja, so ein bisschen Rollenspiel mäßig. Das wär geil. Ja, das wär richtig cool. Da ist aber... Wie blöd bin ich denn gerade? Ich... Oh, Alter. Er ist ein Roboter. Er weiß es nicht besser. Ja. So. Ah, wieder die Fackel weggesägt. Natürlich. So, haben wir da oben. Ich brauche mir grad eine eigene Adventure-Map hier. Ah, cool. Ach, hier oben ist das Wasser jetzt weg. Cool. Naja, Rohstoff... Rohstofftechnisch hat sich das jetzt nicht gelohnt, diese Exkursion hier oben. Dabei wollte ich für uns doch Rohstoffe sammeln. Ach. Wieder so eine große Geldkassette. Bars? Ich glaube, die wird mir echt irgendwann zum Verhängnis. Ja, auch ein Spieler. So, hier noch eine Fackel hin. Dann mache ich das, was ich gerne mache. Einfach mal auf gut Glück. Oh, sieh mal an. Hier ein paar Rohstoffe. Nimmt man natürlich gerne mit, wenn sie schon mal da sind. Ach, und da oben sehe ich eine große Geldkassette. Hast du die mitgenommen, deine? Ja, war eine Jampus zum Glück nur. Ah, okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass da gleich auch der Tod drin ist. Ich fresse immer vorher mich komplett, dass ich komplett geheilt bin. Ich habe die Hoffnung, dass das dann nicht so viel Auswirkung hat. Okay, das ist vielleicht ein guter Plan. Na, hm? Ich bleibe immer an einem Stein hängen. Das ist immer so mies. Hui! Was haben wir denn hier Schönes? Einen Diamanten. Und Gravel. Oh, was kommt denn da drüben? Oh. Was denn? Ich bin so gut wie wieder an der Oberfläche, merke ich gerade. Huch, wie kommt das denn? Da war so eine mega Gravel-Sandschicht. Ich habe die einfach mal runtergekloppt und auf einmal war da drüber grüne Erde. Ach, cool. Näh! Tot! Was? Tot! Scheiße. Fack! Und ich habe gerade ein neues Areal entdeckt. Neeeein! Das ist scheiße jetzt. Komm ich mit meiner Ape-Army nach unten. Hey dafür kann ich das Feld mal eben bestellen. Ja, ja gut, ich bin ja jetzt auch. Ich glaube vielleicht ist das Zufall gewesen. Ich bin ja jetzt auch wieder oben. Ich will aber unbedingt wieder nach unten. Ach so, gut. Dann bleibe ich hier. Aber bitte nicht in das neue Areal. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Das wusste ich auch nicht mehr. So, muss ich erstmal das Feld bestellen, natürlich. Der Affe macht's ja gerne. Ich hab so viel Krempel mit. So. Diese Toxic, aber ich mach erstmal Weed, ne? Ja, dass wir erstmal Brotvorrat vielleicht haben. Genau. Und Bananen. Ja, das ist das Wichtigste, sonst wirst du wieder... Da kann ich nicht aus meiner Haut, es tut mir leid. So, ich macke mal ein bisschen Bott. Wo sind wir überhaupt reingegangen vorhin, als wir hier runter sind? Hey, sechs Bananenbrot. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ach, wir sind da unten rein, wo die Labore waren. Ich überlege gerade, ob ich... Kann das sein? Ach nee, komm, ich geh einfach wieder runter. Ich hab grad überlegt, ob ich erstmal abladen soll, aber ganz ehrlich... Das kann ich auch später machen. Ach, warte mal, lauf mal zu dem Brunnen. Ach, da... Wobei, du warst nicht... Warst du in meiner Nähe? Beim Brunnen sind wir runtergelaufen, ne? Oder? Ich weiß, ich bin jetzt hier gerade beim Brunnen, hier unten. Aber ich glaube... Hab ich mich grad hochgegraben. Wo sind wir denn rein? Beim Brunnen oder beim... Ich glaube beim... Nee. Ich glaube, wir sind bei den Laboren rein. Ach, Alter, ich komm hier nicht durch die Türen, weil ich ständig auf irgendein Crafting-Ding drücke. Unser Haus ist zu eng. Wir müssen ausbauen. Ja, das klingt gut. Oder nach oben. Ja, das müssen wir eh machen, nach oben. Achso, hier sind wir ja gar nicht lang. Nein. Dann hängt Kolle. Oswald Kolle? Was? Was macht der denn da? Wer ist das denn? Kennst du nicht? Nee. Nee, dann frag lieber nicht. Okay. So. Bitte auch nicht danach googeln. Ich war grad dabei. Echt? Ja, so nebenbei. Ja, bin ich mal gespannt, was da steht. Ähm. Journalist, Autor und Filmproduzent? Ah, ja. Ja, ja. So kann man es auch nennen. Okay. Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendeine Skandal-Nudel war. Mehr Nudel als Skandal, würde ich sagen. Okay. Jetzt ist mir schlecht. So. Ja, nachdem ich sein Bild gerade gesehen habe und du sagst mehr Nudeln. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, der... Wer ist denn mal zu mir gekommen? So. Millionen Geldkassetten wieder. Sag mir nicht, du bist jetzt da, wo ich war. Ich haue dich. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Das nicht. Alter, diese grünen Knöter klumpen ja überall den ganzen Weg nach unten. Mann. Ich musste mich irgendwie hochbauen. Schlimm. Wie sagst du immer so schön? Hm? Huch! Er ist ein Roboter. Hm? Was? Was? Nochmal? Er ist ein Roboter, er weiß es nicht. Ja, das stimmt. Entschuldigung, ich war gerade irritiert, weil ich plötzlich schon bei der Lava war. Was? Bin ich... So schnell? Ja, das... Komisch. Hat mich auch irritiert. Auch nicht schnell. Ach, du hast dich hier einfach irgendwann nur runter gegraben. Kann das sein? Ja, das ist das. Das ist die Ecke gewesen, ja. Ach so. Das erklärt vielleicht... Wobei in allen Rohstoffen... Aber nicht viele, da waren immer nur so kleine, so kleinere Dinger, ne? Ja. Gut. Das... Oh, ne? Das Problem ist, ich... Dieser Sand. ...möchte, ich werde nicht mehr finden. Oh, das ist so... Das ist so ärgerlich mit diesem Sterben bei diesen großen Dingern. Ja, deswegen, ich will die eigentlich auch gar nicht mehr aufmachen, weil so ein Jampus ist eh eigentlich für ein Arzt. Das stimmt. Hint ihr mal die Schnauze halten, ich bin gerade gestorben hier, scheiß Viecher! Körb jetzt schneller! So. Das hier sieht nach einem Tunnel von mir aus, dann folge ich mal einfach. Ah, geht da durch. Boah. Jetzt noch... Nehme ich mal mit einfach, weil die Spitzhacke es ja hergibt. Ah, jetzt noch ganz viel Copper, was ich hier nicht mitgenommen habe, oder was wir nicht mitgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wer von uns hier war. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, dass du dich da jetzt nochmal lang gräbst. Finde ich gut. Ja, wenn ich jetzt das nur wiederfinden würde, weil ich war halt irgendwo, wo wir selber noch nicht waren. Ja, das ist mega ärgerlich. War auch ziemlich weit drin, das heißt, ich werde das nicht einfach so wiederfinden, glaube ich. Hört sich irgendwie falsch an. Ich wollte das That's What She Said, hatte ich mir jetzt irgendwie... Auf der Suche nach dem G. Ähm. Oh. Sollte ich Glück haben? Loh, ich greife an! Ach, das sind zwei. Alter. So, hier hole ich mal ganz kurz auf dem Weg nochmal das Rohmaterial, weil ich das letzte Mal habe alles liegen lassen. Huch. Nehme ich das einfach mal mit, diesmal. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe tatsächlich die Stelle wieder gefunden, oder den Weg. Äh. Nicht? Nee, nee, nee. Da kam gerade nur so ein komisches Viech runter, plötzlich gesegelt. Achso. War wieder irgend so ein, irgend so ein Aggroviech. Aus der Luft. Wie die Feuerbälle spucken. Ach die, ja die sind mies. Ja, der spuckt nichts mehr, der ist vorbei. So, das sieht... Ja, das könnte doch hier gewesen sein. Könnte das hier gewesen sein? Könnte das hier gewesen sein? Nee. Kann das hier gewesen sein? Kann das hier gewesen sein? Kann das hier gewesen sein? Hier ist auf jeden Fall wieder einer meiner typischen Tunnel. Ja, ich glaube, ich bin genau an der Stelle. Ja, ich bin an der Stelle. Ja, 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 ja. Alter, ich komme hier nicht mehr, jetzt komme ich hier nicht mehr lang. So, jetzt aber. Ja, 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 ja. Das ist direkt aus mehreren Gründen interessant. Denn da oben ist einerseits Wasser. Jetzt nicht mehr, das heißt, da ist eine Höhle mit Geldkassetten. Nur eine kleine. Wie er schon kombinieren kann hier. So. Ah, ist echt nur eine kleine. Das lohnt sich ja der Ärger gar nicht. Hallo. Wie lachst du eigentlich mittlerweile? 2679, wenn ich das richtig sehe. Ich musste mal wegen der... Ah, du bist gestorben gerade. Ja, ja, genau. Scheiße. Natürlich extrem ärgerlich. Ja, und das wegen diesem komischen... Ich glaube, ich mache die Dinger auch nicht mehr auf. Das ist mir zu blöd einfach, muss ich ehrlich sagen. Weil die Pixel... Das ist jetzt das beste Beispiel für mich gewesen, das nicht mitzutun. Ja, also die Pixel sind einfach zu wertvoll. Das muss man einfach sagen, als dass man da einfach aus Neugier für irgendeinen scheiß Jump, den man unterirdisch eh nicht braucht. So, und hier war ich gerade noch beschäftigt. Da muss ich gleich nochmal... Das wollen die Zuschauer ja auch sehen, was ich hier angefangen habe. Das muss natürlich auch zu Ende führen. Das mache ich natürlich alles nur für die Zuschauer, dass ich mich jetzt hier durchgrabe. Es liegt nicht einfach den ganz vielen Geldkassetten, die ich da gerade sehe. Hier, die Kassetten. Boah, wie billig. Was denn? Das mache ich nur für die Zuschauer. Ja, natürlich. Die wollen ja auch was sehen. Und auch die Geldkassetten sammle ich letzten Endes doch nur, damit ich zeigen kann, wie die späteren Rüstungen aussehen und so. Weißt du? Sind wir wieder beim Thema Review. Ja, man muss ja auch zeigen. Alter, 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 alter. Oh, ich hatte... Und schon geht der Tisch wieder hoch. Hm? Und was? Du hast gesagt, und schon geht der Tisch wieder hoch. Hier sind ganz viele Fackeln. Wir waren hier schon mal. Ja. Einer von uns. Wahrscheinlich. Ach, ich sehe grüne Blöcke. Ja, Mensch. Schön. Das ist ja einfach alles jetzt stehen lassen. Finde ich toll. Das mache ich nur für dich, habe ich ja gesagt. Das ist so lieb von dir. Ach, guck mal. Da ist auch nochmal... Hier und da und da. Ach, ich glaube, hier warst du aber noch mit der alten Spitzhacke unterwegs, weil du die Rohstoffe in den weißen Wänden noch alle drin gelassen hast. Ach, dann war das da bestimmt. Das kann sein. Da hatte ich ja dann irgendwie gesagt gehabt, ich lasse das drin hängen. Genau, ja, das kann echt sein. Ja, ich baue das jetzt für dich ab, oder? Das finde ich super von dir. Oder? Unter Freunden baue ich das einfach mal für dich ab. Das finde ich toll. Ah, da ist man einfach gut, Mensch. Weißt du? Man will ja auch unter Freunden dann auch mal einen Gefallen tun, ne? Ich kriege hier gleich zu viel. Was, wieso? Was ist das denn? Ist schon schwer manchmal, aber gut, dass du mich hasst, oder? Hm? Finde ich super, ja. Mit den Fäusten quasi auf den Tisch zusammenkrallen. Oh, jetzt hier. Ganz gefährlich. Hier muss ich auch nochmal auftauchen, weil ich Atemluftnot leide. Luftnot. Atemluft. Weißt du schon. Mach ich doch alles nur für dich. Da ist noch eine Höhle mit weiteren Geldkassetten. Hast du alles übersehen, aber ich hole das quasi in deinem Gedenken hier alles raus. Wunderbar. Wunderbar. Das ist gar kein Problem, du. Nehmt euch echt ein Beispiel an dem an. Das ist gar kein Problem. Ich finde, da sollte man auch gar nicht drüber reden. Das sollte einfach selbstverständlich sein, weißt du? Das sehen die meisten gar nicht so. So, hier scheint es noch sehr tief reinzugehen. Oh, hier sind noch weitere. Ganz viele Geldkassetten. Ach, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Muss ich mich immer aufhalten und die aufmachen, weißt du? Da komme ich gar nicht... Ich komme gar nicht so gut voran gerade. Ton doof. Alter, und wie alt. Was das denn für eine Riesenkopperader hier. Ach, Tobi, Tobi, Tobi. Während du da oben in der Sonne liegst und dir die Sonne auf den Bauch fläzen lässt, auf den Rost liegen. Mann, 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 arbeite ich hier unten in der Mine. Mach quasi die Affenarbeit. Boah. Diese Viecher hauen immer noch böse rein, obwohl ich jetzt schon eine echt gute Rüstung eigentlich anhabe. Du darfst dich einfach nicht von denen treffen lassen. Das ist das Geheimnis. Also ich hüpfe da immer so ein bisschen weg, quasi. Ich muss mir mal, glaube ich, wieder das andere Schwert nehmen, weil diese komische... Ah, okay. ...Dings da ist irgendwie... Das ist nicht so... Also Schwerter mit Bogen finde ich auf jeden Fall wesentlich praktischer beim Kämpfen. Zumindest für mich. Mhm, ja. So, nur nach vorne zu schlagen, da fehlt mir der Radius, wenn die von oben vor allem herangesprungen kommen, dann kannst du die gar nicht richtig treffen. Ja, die ist zwar cool, die Axt, aber ich glaube... Guck mal, da... Ich glaube, sie ist auf. Ja, guck mal, dass wir da was Neues machen. Ich sammle schon die Rohstoffe für dich. Hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Nee, irgendwie nicht. Aber wie viele Minuten sind wir denn gerade? Wir sind erst bei 32 Minuten. Was? Habe ich gerade ausgerechnet. Mach einen Scheiß. Mit meinem Affen hören. Also wahrscheinlich stimmt es dann gar nicht. Und wir sind erst bei 10. Oh, ich sehe ja... Mein geübtes Auge erkennt sofort eine Geldkassette hier am Bildschirm versteckt. Eins. Weg. War die hier? Nee, die war da oben. So. Da ist noch ein bisschen Kohle. Ein little bit of Kohle. Und hier mal... Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier bloß los? Bin ich fast schon ein bisschen unfair dem Tobi gegenüber? Das glaubst du und dreißig andere nicht? Ich meine natürlich... Aber ist halt ein anderer Höhlenabschnitt. Ich... Ach ja... Huch. Ach, da unten bin ich schon bei der Lava wieder. Das ist natürlich doof jetzt. Und wie kommt keiner und schubst dich rein? Das wäre ärgerlich. Aber das geht gar nicht, weil die ist da unten... Ich bin sicher, zum Glück, im Stein. Du musst dir also wirklich keine Sorgen mal um mich machen. Das ist nicht gut? Finde ich... Finde ich beruhigend auf jeden Fall. Ja, das dachte ich mir schon. Ich meine, immer... Hast du ja meine Rohstoffe. Natürlich, die will ich ja auch sicher nach Hause bringen. Die ich übersehen habe. Nee, du hast... Du hast ja extra liegen lassen für später. Das ist ja wie... Wir sind ja wie Eichhörnchen. Wir lassen die Sachen quasi... Wir verbuddeln die für später, wenn der Winter kommt. Alter. Was denn? Glaubst du... Glaubst du, wenn ich ein Scheißdingröller war? Einfach schön. So. Dann habe ich Game of Thrones gesehen und dann stand... The Winter is coming. Ich habe das geglaubt. Weißt du, und deswegen grabe ich jetzt hier. Das ist der Grund. Oder? Klingt doch plausibel. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich nicht wüsste, dass ich lüge, würde ich mir glauben. So, hier nochmal. Die beiden können wir nochmal mitnehmen hier. Aber Game of Thrones muss ich mir auch mal unbedingt angucken. Ja, ich habe... Ich muss echt... Ich muss geschehen, ich habe auch noch nicht... Ich habe ein paar Folgen gesehen, aber dann irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Obwohl es... Bei mir ist das so, dass ich sie nirgendwo gefunden habe, die Serie. Auf den ganzen Anbietern legal Serien zu gucken. Auf den ganzen... Die habe ich nirgendwo gefunden. Auf den legalen Seiten. Ne, wirklich, also Serien gucke ich wirklich nur so auf legalen Seiten. Ach, ich mache ja auch. Genau, das mache ich ja auch. Da bin ich ja auch. Weil das sind einfach so krasse Serien, die will ich gar nicht auf. Genau, genau. Breaking Bad zum Beispiel gucke ich auch immer über... Entweder über Love-Film oder Max-Dome, habe ich vergessen. Ich bin auch über angemeldet, muss ich zugeben, weil als Film-Fanatiker... Ja... Ja... Ich kenne die Geschichte. Okay, ja. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ist super, vor allen Dingen, weil die auch sehr oft sehr neue Filme haben. Und da kann man dann auch mal... Das ist ja dann auch cool. Das ist so mies eigentlich. Eigentlich schon, aber ist gut, immer starke Partner mit an Bord zu haben. Ich kann nicht schaden. Und wenn es nur darum geht, ab und zu mal Filme zu sehen. Schäme ich mich ein bisschen, aber warum denn eigentlich? Ja, wollte ich gerade sagen, warum. Wer würde es denn nicht tun? So. Also, die Filme gucken. Ist ja legal. So. Kohle. Ich habe auch wieder mega viel Kohle gerade. Ach, und ich habe wieder viele Freunde hier unten. Ich auch. In denen sind Pixel. Ja, bei mir auch. Tut mir leid. Habe ich mal Nein gesagt, hätte sich besser gefühlt. Ich baue auch langsam ab gerade schon. Mental oder... Oder... Ne, die Kohle hier. Ah, okay. Und Mental. Nur noch einen Menthol. Ne, Menthol hießen ja. Verdammt, Menthol waren ja die Zigaretten, die es damals gab. Gibt es die noch? Mental Zigaretten? Mental Zigaretten gibt es noch, ja, aber... Braucht das noch wer? Das war ja früher total der Trend auf dem Schuhloft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Ehrlich gesagt... Ich erinnere mich, dass auch mal, als man noch und so, als man cool sein wollte... Ja, da hat man mal auf dem Schuhloft in der Ecke gestanden und geraucht. Oh nein. Ähm... Und eigentlich... Es war irgendwie schon ekelhaft, aber keiner wollte es so richtig zugeben. Ja, aber das schmeckt doch dann wie so ein Mentholbonbon. Ja, genau, genau. Irgendwie... Und einen richtig frischen Atem gibt es ja dann auch nicht davon, wenn wir mal ehrlich sind. Also im Grunde genommen ist es eigentlich scheiße. Ja, also irgendwie... Also wer das raucht, der frisst auch kleine Kinder, glaube ich. Hm, kleine Kinder. Neulich auf dem... Neulich auf dem Grillfest. So. So? Nochmal ne Fackel. Da ist noch die Kohle, nehm ich noch mit da drüben. Dachte, vielleicht finde ich hier noch was, aber leider... Achso, wir müssen... Wir sind schon wieder fast bei 40 Minuten. Das ist... Alter, das gibt's doch nicht. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir schon über der Zeit sind und haben die Folge nicht beendet. Ne, das ist irgendwie so zur Gewohnheit geworden. 40 Minuten ist die Grenze. Ich glaube auch. Sonst fühlt man sich schlecht... Aber das macht ja auch Spaß. Macht es ja auch, verdammt. Okay, pass auf, dann beenden wir mal ganz schnell die Aufnahme und sind ja eh wieder in der nächsten Folge da. Ja, genau. Es geht da voran. Wir sind ja noch 10 Stunden hier in der Höhle. Ja, aber wenn ich mir mein Inventar so angucke, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Werft mal kurz einen Blick in mein Inventar und das sagt gerade 129... Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und... Genau, genau. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Oh, 21 Diamond Ohr, cool. Wo kommen die denn her? Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und hoffentlich schaltet dann auch wieder ein. Tschüss. 21 Diamond Ohr, geil.